Der Chef mit der Nr. 20, Johan! Was singst du, wenn du hörst... Das ist ein guter Gefühl. Ich habe dir gesagt, dass ich jedes Mal hier komme, die Fans hier sind. Sie singen diesen Song. Jedenfalls bin ich in Frankreich und ich erinnere diesen Moment mit ihnen. Wie oft hast du es gemacht? Das ist ein normaler Song, von den Beatles. Ich liebe es. Und ich liebe es, Indoor-Soccer. Ist das dein Fútbol oder der kleinere Ort? Nein, das ist okay. Aber du musst dich fit sein, weil du raufst. Du gehst schnell, zurück, zurück. Aber ich mag diesen Fútbol, weil du oft auf den Balls spielst. Jetzt müssen wir eine gute Wahl machen, in der Offensiv. Ich mache es schlecht in der ersten. Ich versuche es besser als in der zweiten. Wie oft spielst du Fútbol in Frankreich? Wenn ich spiel? Ja, manchmal mit einigen Freunden. Aber nicht oft spielst du. Wir spielen in einem kleinen Feld, wie das. Oder in Cannes. Ich spiel manchmal mit dem ersten Team im Klub. Ich spiel manchmal wie das. Und du hast einen neuen Job für den Klub. Kannst du uns deinen Job erklären? Nein. Ich sage den Bürgermeister. Der Bürgermeister? Ja. Er fragte mich, wenn ich mich der Präsident des Klubes, um alles zu organisieren. Ich habe zwei Jahre vorhin gesagt, dass ich das machen kann. Wir versuchen, den Klub besser zu machen. Wir sind in der 5. Liga. Das Ziel ist, dass wir in der minimum 2. Liga gehen, in den nächsten 6-7 Jahren. Wir versuchen, auf die 2. Liga zu gehen. Ja, das ist schwierig. In der 5. Liga gibt es nur ein Team. Und in der 4. Liga ist das gleiche. Wir müssen also einen guten Job machen, um jeden Tag zu sein. Aber ich bin glücklich, das zu tun. Und hast du Spieler aus Deutschland, um zu deinem Team zu helfen? Ich hoffe. Ich hoffe. Aber ich denke, wir sind zu hoch. Vielleicht, wenn wir in der 3. Liga sind. Wir können das machen. Aber vielleicht kannst du einen alten Spieler, wie Ivan Klausnitsch und Euton. Sie können es nicht mehr tun. Es ist vorbei. Es ist vorbei für sie. Vielen Dank. Bye-bye.